2 zu 1 verloren gegen die Kickers Offenbach. Deine Ansicht zum Spiel? Heute hat man gesehen, dass es wieder ein ganz anderes Spiel war wie letzte Woche. Und wir haben super gekämpft gegen Einzelnen in Führung, müssen eigentlich das zweite und dritte nachlegen. Ja, dann kriegen wir nach einer Standard-Viere ein richtig doofes Tor. Und gut, das 2 zu 1 war natürlich klasse gemacht für den, aber man muss sagen, wir haben heute richtig gekämpft wieder. Und auf dem Spiel müssen wir aufbauen und genauso auch am Freitag wieder Vollgas geben. Steven, eine kurze Analyse zum Spiel bitte. Ja, ich glaube wir haben gut angefangen. Wir waren aggressiv im Spiel, haben die Zweikämpfe geführt, haben sie auch relativ oft gewonnen. Und haben dann gute Konten gestartet, die wir teilweise auch nicht so gut ausgespielt haben. Haben dann trotzdem das Tor gemacht, meiner Meinung nach verdient. Und kriegen dann zwei dumme Gegentore einmal ins Standard, wo dann der Abprall da drin ist. Ja, da müssen wir eigentlich bei den Männern bleiben. Und das zweite macht es einfach gut. Also okay, er kriegt zwar glücklich den Ball, aber das Tor macht es auch gut. Und ja, ich glaube, wenn wir jedes Mal so spielen, von Aggressivität und von der Spielanlage her, können wir uns nichts vorwerfen. Ich glaube, dann werden wir auch punkten, weil, ja, irgendwann mal müssen wir uns auch belohnen dafür. Tim, ein ganz kurzes Statement zum Spiel bitte. Ja, meiner Meinung nach war das heute definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten in der ersten Halbzeit die klaren Torschanken, nutzen die dann leider Gottes auswärts nicht konsequent. Und dann, ja, kriegt man hinten zwei doofe Gegentore und dann geht man leider auswärts ohne Punkte vom Platz. Und ja, aber ich denke, die Moral, der Wille, die Kampfeinstellung hat heute gestimmt. Und das ist definitiv ein Spiel, wo man drauf aufbauen kann. Okay. Okay. Vielen Dank.